Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MakeFinance. Heute stelle ich dir drei Aktien vor, welche ich zuletzt gekauft habe und eine Aktie, welche ich verkauft habe. Ich nenne dir die Gründe, zeige dir die Aktienbewertung und gehe auf die Investmentrisiken ein. Die drei gekauften Aktien kommen aus den USA und aus Dänemark. Der Verkauf kommt aus Deutschland. Die Aktien kommen aus der Finanzbranche und der Gesundheitsbranche. Ich habe eine Wachstumsaktie und zwei Dividendenaktien gekauft. Und nun viel Spaß dir beim Video. Dieses Unternehmen ist im Bereich Technologie aktiv und wir beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass hier zuletzt der Turbo gezündet worden ist. Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, haben einen Kursgewinn von 60,2% mit der Aktie erreicht. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 208,5 Milliarden Euro. Das Kursgewinnverhältnis beträgt derzeit 35,3% und liegt damit deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 20,6. Das Kursumsatzverhältnis liegt aktuell mit 6,5, ebenfalls deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 4,4. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 4% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 6,5%. Die Dividendenrendite liegt bei 1,16%, wurde seit 30 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cash Flow von 43,5%. Gezahlt wird die Dividende einmal im Jahr, das Unternehmen kommt aus Deutschland und ist in der Technologiebranche und hier im Bereich Software und IT-Dienste tätig. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 12 Punkte, der Dividendenscore erreicht 8 Punkte, der Wachstumsscore kommt auf 10 und im Robustheitscheck schneidet die Aktie mit 13 Punkten ab. Und ja, viele haben es sicherlich schon erraten, ist es SAP. Schauen wir uns die Gewinn- und Umsatzentwicklung bei SAP an. Die Gewinne in Orange sind bis 2021 angestiegen und seitdem eher konstant. Der Free Cash Flow in Ocker ist ebenfalls am steigen und seit 2020 jedoch leicht rückläufig. Eine Dividende wird bezahlt, das siehst du an den blauen Dividendenbalken und diese kann aus dem Free Cash Flow bedient werden. Gucken wir uns die Umsätze an, diese sind langfristig betrachtet am steigen und die Nettomarge, das ist die grün gestrichelte Linie, ist zuletzt wieder angestiegen und beträgt 11,5%. Wie sieht die Aktienbewertung im Aktienfinder zu SAP aus? Zuerst die Stabilitätszahlen. Auf der Dividende und den Umsatz liegt diese bei 0,99 und auf den bereinigten Gewinn bei 0,93. Der Maximalwert liegt bei 1,0, sodass das alles sehr gute Werte sind. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende in blau liegt bei 129,42 Euro, nach dem Fair Value des Umsatzes in grün bei 112,88 Euro und nach dem Fair Value bereinigt in orange bei 100,67 Euro. Und in schwarz siehst du den Kurs, der zuletzt wie eine Rakete nach oben geschossen ist. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte zur Bewertung der Aktie. Nach den fairen Werten im Aktienfinder scheint die SAP Aktie derzeit deutlich überbewertet zu sein. Gucken wir uns den Dividendenturbo an. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 1,16% und liegt damit deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnittswert bei 1,59%. So schlecht wie derzeit war die Dividendeneinstiegsrendite in den letzten 10 Jahren nie. SAP wurde im Jahr 1972 gegründet und der Hauptsitz ist in Waldorf in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Unternehmenssoftware-Lösungen an. Der Fokus liegt hierbei auf ERP-Software, CAM, SCM, Human Resources oder auch Business Intelligence-Programmen. In den letzten Jahren hat SAP seine Software in die Cloud verlagert. SAP ist weltweit aktiv und aus vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Der aktuelle CEO ist seit 2019 Christian Klein. Er ist bereits seit 1999 bei SAP und bei dem Konzern arbeiten weltweit 107.602 Mitarbeiter. Kommen wir zu meinen Gründen zum Verkauf von SAP. SAP ist nach wie vor ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. Ich kann mir zu einem späteren Zeitpunkt auch ein erneutes Investment vorstellen. Momentan schwebt der ganze Technologiebereich auf einer KI-Kurs-Fantasiewelle. Dies hat dazu geführt, dass ich alle Technologieaktien in meinem Depot überprüft habe und auch Stops eingezogen habe, um meine Kursgewinne abzusichern. Die SAP-Aktie ist aus meiner Sicht derzeit sehr hoch bewertet. Und da ich deutliche Kursgewinne erzielt habe, nämlich 99,1%, habe ich mich entschieden, die Aktie zu verkaufen und sie in andere Aktien mit einem deutlich besseren Chance-Risiko-Verhältnis zu reinvestieren. Die erste Aktie, bei der ich ein derzeit besseres Chance-Risiko-Verhältnis sehe, ist im Bereich der Biotechnologie aktiv. Mein Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass Investoren, die seit einem Jahr investiert sind, Kursverluste von 17,6% hinnehmen mussten. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 18,1 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 29,4% unter dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 45,6%. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 7,8% deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 21,1%. Das jährliche Gewinn-Wachstum auf 10 Jahre beläuft sich auf 31,4% und das jährliche Umsatz-Wachstum auf 10 Jahre kommt auf 38,2%. Eine Dividende gibt es derzeit noch nicht. Das Unternehmen kommt aus Dänemark, ist in der Gesundheitsbranche und hier im Bereich Biotech angesiedelt. Der TraderFox-Qualitäts-Score kommt auf starke 14 Punkte, der Wachstumsscore auf 8 Punkte und im Robustheits-Check schneidet die Aktie mit 4 Punkten ab. Ich habe dir die Aktie auf dem Kanal auch schon mal vorgestellt. Das ausführliche Video findest du oben in der Infokachel. Es handelt sich hierbei um GenMap. Schauen wir uns die aktuelle Gewinn- und Umsatzentwicklung an. Die Gewinne in Orange sind die letzten 10 Jahre deutlich angestiegen. Der Free Cashflow in Ocker ist ebenfalls deutlich angestiegen und befindet sich zuletzt auf einem Mehrjahreshoch. Eine Dividende wird noch nicht bezahlt, das ist aber bei der Quellensteuer in Dänemark durchaus von Vorteil. Die Umsätze sind kontinuierlich am Steigen und die Nettomarge geht die letzten Jahre kontinuierlich zurück und liegt derzeit bei 26,4%, was aber immer noch im Bereich der Pharmazie ein guter Wert ist. Schauen wir uns die Aktienbewertung im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf den bereinigten Gewinn liegt diese bei 0,92% und auf den Umsatz bei 0,84%. Die Bewertung nach dem Fair Value des Umsatzes in grün liegt bei 4080 dänischen Kronen und nach dem Fair Value bereinigt in Orange bei 2929 dänischen Kronen. Die Stabilitätszahlen eignen sich zur Bewertung der Aktie und die Genmap-Aktie ist gemäß des Aktienfinders Nett derzeit unterbewertet. Die Gründung erfolgt im Jahr 1999 und der Unternehmenssitz ist in Kopenhagen in Dänemark. Genmap ist auf die Forschung, Entwicklung und den Vertrieb von monoklonalen Antikörpern zur Behandlung von Krebserkrankungen spezialisiert. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit Janssen Biotech, Novartis und Bristol-Myers Squibb. Genmap hat mehrere Produkte in der Entwicklungspipeline. Das wichtigste Produkt am Markt ist Daratumumab, ein Antikörper zur Behandlung von multiplen Myelomen, das ist eine Form von Blutkrebs. Dies wurde zusammen mit Janssen Biotech entwickelt. CEO ist seit Januar 2010 der Niederländer Jan-Gj van de Winkel. Er ist auch einer der Mitbegründer von Genmap. Weltweit arbeiten 1660 Mitarbeiter bei dem Konzern. Kommen wir nun zu meinen Kunden zu einem Investment von Genmap. Genmap bietet eine Art Baukastenplattform für Pharmaunternehmen im Bereich der monoklonalen Antikörper an. Ich wollte eine Diversifizierung. Neben Vertix Pharmaceuticals und Regeneron Pharmaceuticals wollte ich einen europäischen Biotechwert haben. Und da passte Genmap perfekt in das Beuteschema. Die höhere Quellensteuer in Dänemark ist bisher kein Problem, da keine Dividende ausbezahlt wird. Man besitzt starke Partnerschaften mit Janssen Biotech, Novartis oder auch Bristol-Myers Squibb. Und die habe ich ja bereits in meinem Depot. Was mir auch gefällt ist, dass der Gründer noch mit an Bord ist. Die Aktie war zu meinem Kaufzeitpunkt aus meiner Sicht unterbewertet. Zu den Risiken. Die Entwicklungspipeline muss weiterhin ausgebaut werden und neue Blockbuster müssen sich finden lassen. Gegebenenfalls müssen auch weiterhin erfolgreiche langfristige Partnerschaften eingegangen werden, um das hohe Wachstum aufrechterhalten zu können. Die zweite Aktie, die ich gekauft habe, ist ein Nachkauf. Und den habe ich im Februar abgeschlossen. Das Unternehmen ist auch im Pharmaziebereich aktiv. Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, haben einen Kursverlust von 20,4% mit der Aktie erlitten. Beim Blick aufs Jahreschart sieht man auch, dass zuletzt die Unterstützung im Bereich von 47,54 Dollar gehalten hat. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 101 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 7,4, deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 15,8. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 2,4, ebenfalls deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 4,1. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 16,5% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 12%. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 4,29%, wurde seit 38 Jahren nicht gesenkt. Und das bei einem Payout auf den Free Cashflow von 37,1%. Bezahlt wird die Dividende viermal im Jahr. Das Unternehmen kommt aus den USA und ist in der Gesundheitsbranche und hier im Bereich Pharmazie aktiv. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 11 Punkte, der Dividendenscore erreicht ebenfalls 11 Punkte. Der Wachstumscore kommt auf 6 Punkte und im Robustheitscheck schneidet diese Aktie mit 12 Punkten ab. Das Unternehmen, welches ich nachgekauft habe, ist Bristol Myers Squibb. Gucken wir uns die Gewinnentwicklung bei Bristol Myers Squibb an. Die Gewinne in Orange sind kontinuierlich am Steigen. Der Free Cashflow in Ocker ist ebenfalls am Steigen, jedoch seit 2021 leicht rückläufig. Eine Dividende wird bezahlt, das siehst du an den blauen Dividendenbalken und diese kann aus dem Free Cashflow derzeit problemlos bezahlt werden. Schauen wir uns nun die Umsatzentwicklung an. Die Umsätze sind langfristig betrachtet am Steigen, jedoch seit 2021 sind sie leicht rückläufig. Die Nettomarge, das ist die grün gestrichelte Linie, diese ist zuletzt wieder angestiegen und beträgt 17,8%. Schauen wir uns die Aktienbewertung im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf der Dividende liegt diese bei 0,95, auf den bereinigten Gewinn bei 0,9 und auf den Umsatz bei 0,78. Die Bewertung nach dem Fair Value bereinigt, in Orange liegt bei 116 US-Dollar und 91 Cent, nach dem Fair Value des Umsatzes in Grün bei 79 US-Dollar und 9 Cent und der Fair Value der Dividende in Blau liegt bei 65 US-Dollar und 86 Cent. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte zur Bewertung der Aktie. Nach den fairen Werten im Aktienfinder-Netz scheint die Bristol-Myers Squibb-Aktie derzeit unterbewertet zu sein. Gucken wir uns den Dividenden-Turbo an. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 4,29% und der 10-Jahres-Durchschnitt liegt bei 2,9%. Die Dividenden-Einstiegsrendite war bei Bristol-Myers Squibb die letzten 10 Jahre selten so hoch wie derzeit. Das Unternehmen wurde im Jahr 1989 durch den Zusammenschluss von Bristol-Myers Company und Squibb Corporation gegründet und firmiert seitdem unter dem Namen Bristol-Myers Squibb. Der Hauptsitz ist in New York in den USA. Zu den Therapiebereichen gehört die Onkologie, Immunologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Fibrose und Infektionskrankheiten. Schauen wir uns die regionale Umsatzverteilung an. 69% werden in den USA erzielt, 29,2% macht der internationale Bereich aus und 1,8% macht sonstiges. Die bekanntesten Produkte sind Optivo für die Krebsbehandlung, Eliquis zur Vorbeugung von Schlaganfällen und Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern und Orenzia zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Man ist weltweit aktiv und in mehr als 60 Ländern hat man Niederlassungen. Aktueller CEO ist seit November 2023 Chris Börner. Er ist bereits seit 2015 bei Bristol-Myers Squibb und bei dem Unternehmen arbeiten weltweit 34.100 Mitarbeiter. Kommen wir zu meinen Gründen zum Bristol-Myers Squibb Investment. Bristol-Myers Squibb ist einer der weltweit größten Pharmazieunternehmen. Man besitzt ein defensives, krisenresistentes Geschäftsmodell und hat darüber hinaus eine sehr gute Marktpositionierung im Segment der Onkologie. Die Dividendeneinstiegsrendite war zu meinem Kaufzeitpunkt mit 4,47%, so hoch wie die letzten 10 Jahre nicht. Bristol-Myers Squibb war zu meinem Kaufzeitpunkt zudem auch noch unterbewertet. Was für Risiken sehe ich? Im Vergleich zu Wettbewerbern verfolgt man eine fokussierte Konzentration auf Spezialmedikamenten im Bereich der Onkologie und hat in den letzten Jahren viele nicht-pharmazeutische Geschäftsbereiche veräußert. Wichtig ist die Entwicklungspipeline. Hier müssen neue Blockbuster für die Zukunft gefunden werden, da viele Patente derzeit auslaufen. Dies wird im Wesentlichen durch Übernahmen anderer Unternehmen erfolgen. So und jetzt kommen wir zu meinem dritten Kauf und auch das war ein Nachkauf, den ich getätigt habe. Beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass zuletzt die Unterstützung bei 200 US-Dollar gehalten hat. Investoren, die seit einem Jahr investiert sind, haben dennoch einen Kursverlust von 40,1% mit der Aktie erlitten. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 7,4 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 30,9% deutlich unter dem 10-Jahres-Wert von 47,8%. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 10,5% ebenfalls unter dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 17,4%. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 14,6% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre beträgt 12,2%. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 1,35%, wurde seit 14 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cash Flow von 35,6%. Gezahlt wird die Dividende viermal im Jahr. Das Unternehmen kommt aus den USA und ist in der Branche der Finanzen und hier im Bereich Investment Services tätig. Der TraderFox Qualitätsscore erreicht 9 Punkte, der Dividendenscore kommt auf 13 Punkte, der Wachstumscore erreicht 7 Punkte und im Robustheitscheck schneidet die Aktie lediglich mit 2 Punkten ab. Die Aktie, welche ich nachgekauft habe, ist Market Access. Schauen wir uns die Gewinnentwicklung bei dem Unternehmen an. Die Gewinne in Orange sind langfristig am steigen, seit 2020 jedoch eher konstant. Der Free Cash Flow in Ocker ist ebenfalls am steigen. Und zuletzt erreichte man ein Mehrjahreshoch. Eine Dividende wird bezahlt, das siehst du an den blauen Dividendenbalken und diese kann problemlos aus dem Free Cash Flow bezahlt werden. Schauen wir uns die Umsätze an. Auch hier ein sehr schönes Bild von links unten nach rechts oben. Diese sind nämlich kontinuierlich am steigen. Und die Nettomarge ist seit 2020 jedoch rückläufig und beträgt derzeit noch 34,4%. Schauen wir uns die Aktienbewertung im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf der Dividende liegt diese bei 0,98, auf den Umsatz bei 0,97 und auf den bereinigten Gewinn von 0,96. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende in blau liegt bei 267 US-Dollar und 11 Cent. Der Fair Value bereinigt in Orange bei 265 US-Dollar und 46 Cent. Und der Fair Value des Umsatzes in grün liegt bei 250 US-Dollar und 81 Cent. Für eine Bewertung eignen sich aufgrund der Stabilitätszahlen alle fairen Werte. Nach den fairen Werten im Aktienfinder.net scheint die Market Access Aktie derzeit unterbewertet zu sein. Gucken wir uns den Dividendenturbo an. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 1,35% und der 10-Jahres-Durchschnitt liegt bei 0,75%. Die Dividendeneinstiegsrendite war bei Market Access die letzten 10 Jahre nie so hoch wie derzeit. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 und der Hauptsitz befindet sich in New York. Market Access ist einer der größten Handelsplätze für Anleihen. Es bietet den Handel für Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, Kommunalanleihen und strukturierte Produkte an. Die Dienste werden dabei in Nordamerika mit 79,3%, in Europa mit 18,2% und in Asien mit 2,4% angeboten. Market Access integriert neben den Preisinformationen auch noch Daten wie Handelsvolumen, Marktnachrichten und Analysen in seine Plattform, um den Nutzern alle wichtigen Daten zur Verfügung zu stellen. Geleitet wird das Unternehmen von Christopher R. Concanon als CEO seit April 2023. Er ist bereits seit 2019 im Unternehmen und war zuvor COO bei Market Access. Er hat auch als CEO bereits Erfahrung, denn er hatte diese Position bei CBO Global Market, einem Wettbewerber von Market Access, bereits inne. 881 Mitarbeiter werden weltweit von Market Access beschäftigt. Kommen wir zu meinen Gründen, warum ich Market Access nachgekauft habe. Market Access ist eine Börse für Anleihen und digitalisiert den Anleihehandel. Bisher werden gerade einmal 30% des Anleihehandels digital abgebildet. Damit sollte auch in Zukunft also noch Wachstumspotenzial vorhanden sein. Dieses Investment stellt somit auch eine Möglichkeit dar, vom Anleihehandel zu profitieren. Neben dem US-Markt ist man auch in Europa und Asien aktiv. Die Dividendeneinstiegsrendite war zu meinem Nachkaufzeitpunkt mit 1,4% so hoch wie die letzten 10 Jahre nicht. Market Access war zu meinem Kaufzeitpunkt zudem nach dem Aktienfinder.net leicht unterbewertet. Was für Risiken sehe ich? Mehrere Börsen sind auf diesem Markt bereits aktiv. Hier gilt es, eine weiterhin gute Position auszubauen und möglicherweise auch durch Übernahmen zu wachsen. Hier könnten dann jedoch auch Regulationsvorgaben ein größeres Thema sein. Das Unternehmen weist aber mit einem KGV von 30,8% im Vergleich zur Technologiebörse Nasdaq mit 21,4% jedoch auch ein deutlich höheres Multiple aus, was ein höheres Risiko birgt. Schreib mir deine Meinung zu den Transaktionen gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Channel abonnierst, das Video bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank dafür, gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.